Helzer, wo? Wo ist er denn? Ach, das Vorletzter! Wulff! Wulff! Ich bin auf den Wulff! Der kommt einschossen und da ist er da! Er ist wieder da! Er ist da! Er ist wie immer! Er ist da! Es ist ein Macher! Super Wulff! Du bist ein Macher! Und er schlängelt sich da durch mit einem gekonnten kleinen Stoß von... Das passt gut! Janik schleift dich! Wulff! Lass mich in Ruhe! Lass den Pelzer in Ruhe! Es geht jetzt gut! Wulff! Janik! Wulff! 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 Duh! Du! Was ist das für Reminds? schwarze natascha nur du wer fährt ein rotes auto ich möchte jetzt von euch ich möchte von euch dass ihr jetzt alles gebt dass ihr jetzt dafür sorgt dass hier keiner aber ich meine wirklich keiner ins ziel kommt verteilt euch auf der strecke schaut dass ihr jede position einnehmt und dann stecht ihr hinein und wenn es sein muss dann nehmt ihr zwei mit ich möchte dass es scheppert dass ihr rausgeht mit erhobenem helm und im notfall dem anderen noch eine drüber scheppert also macht es jetzt jede position ich möchte dass ihr jede position ein nehmt von 1 bis 22 also raus jetzt macht euch bereit drückt drauf und macht sie kaputt ja aron guter kurs aron aber nett mich nett mich ja ja ich hab ihn ich hab den dieser jena was kevin hol ihn dir nein nein bist du defekt oder was 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 alter das war keine echte runde vier sekunden ich kann nichts machen hallo practice da fliegt schon der fliegel da ist der erste teil vom fliegel links ja ich seh das alles im rückspiegel jetzt durchladen jetzt durchladen jetzt durchladen und ja nein und ja nein er fährt er fährt das kann nicht sein jetzt er hinter dir ja er ziehst im rückspiegel er ist er verschraubt links oh oh was ja oh nein nein wie kann denn der gegen das ist ein hacker hä er hat sich drück gesetzt er zieht es an komm komm rein da egal egal ja schieb ihn raus weiter 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 rechts zu äh bremsen egal rechts schieb ihn raus schieb ihn raus schieb ihn raus booooooo aber clever von ihm nein er wurde disqualifiziert Domi du bist raus ja ja oh ne oh das war ja denn na h